Man liest immer wieder auch auf sozialen Kanälen immer wieder Kommentare, wo jemand schreibt, ja natürlich kann eine computergesteuerte Fräse ein Gitarrenbody ausfräsen. Wo ist sozusagen hier die Kunst oder das Handwerk? Für mich ist es aber am Ende einfach ein Werkzeug. Und ein Werkzeug entscheidet jetzt nicht darüber, ob etwas handwerklich gut oder handwerklich schlecht gemacht ist. Die superflexible Anpassungsfähigkeit auf Kundenwünsche, die Liebe zum Detail, das sind alles die Dinge, die für mich eigentlich Handwerk ausmachen. Und in ganz vielen von diesen Dingen, um die zu erreichen, nach meiner Vorstellung, spielt Origin halt eine Rolle. Und es steckt für mich alles da drin. Und deswegen ist es eigentlich Handwerk pur, aber es ist mit einer sehr modernen Maschine halt. Und dann ist es mit einer sehr modernen Maschine, die sich mit einer sehr modernen Maschine, die sich mit einer sehr modernen Maschine verwendet.